Herzlich Willkommen, heute stellen wir euch das Spiel Trackmania vor. In diesem geht es darum, mit einem Rennauto eine möglichst gute Zeit auf verschiedenen Strecken zurückzulegen. Diese werden dann mit einer Bronze-, Silber- oder einer Goldmedaille belohnt. Und damit der Spieler ein gewisses Gefühl dafür bekommt, wie gut er gerade fährt und wie gut er in der Zeit liegt, werden diese dann auch immer wieder mit einem anderen Auto simuliert. Der Sinn des Spiels ist es, so viele Medaillen wie möglich zu sammeln. Durch diese Medaillen kann man sich dann immer wieder neue Strecken freischalten. Die Strecken sind in fünf verschiedene Schwierigkeitsgrade eingeteilt. Das war's von uns, danke fürs Zuhören.